Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu diesem Magister Kuh Video. Im Video ist die Schlossburg Rideck in der Gemeinde Alberndorf im Mühlviertel, Bundesland Oberösterreich, Republik Österreich zu sehen. Der Vorgängerbau von Schloss Rideck, der neben dem heutigen Schloss sich befindet, wurde erstmalig im Jahre 1150 erwähnt. Interessant ist, dass die Burg Rideck im Jahre 1529 mit Hilfe türkischer Gefangener in der Schloss umgebaut wurde. Für weitere und tiefergehende Erklärungen und Erläuterungen verweise ich Sie gerne in die Beschreibung. Viel Vergnügen bei diesem Video wünscht Magister Kuh Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.